Ich bin halt so ein kleiner Maldonado, ne? Ui, der fette fette da vorne Die sind Plasmass neben mir Ja, das finde ich auch Es fühlt sich jetzt nicht so doll an, das Ganze Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich hier dritte oder vierte gegangen bin, hier bei der Kurve Achso, du meinst, dass es realistisch ist? Der ist doch gar nicht mehr dabei, oder? Ist hier so Ich habe doch gar keinen Kopf nicht bekommen Ich halte eh alle auf, fast Das einzige, was uns vielleicht weiterbringen könnte, wären vielleicht Boxenstops Vielleicht am Schluss dann mit den Primes Oh, meine ich Options auch holen Bei der andere 1,34, ne 1,30 3 Sekunden langsamer Die geht ab, das Schwertchen, ey Die geht ab, das Schwertchen, ey Wenn der Hamilton mal da gescheite geholt hat, dann bin ich eh Kanonfutter für dich Ich glaube, ich sollte hier lieber im dritten fahren Besonders jetzt, wenn das Auto so schwer ist Das ist sau schwer das Auto Das merkt man richtig hier Sind hier vollgetankt hier Wow, die Reifen, why? Wegen solchen Aktionen hier, gell? Also, das ist mit den Reifen schon Schon heftig Ja, jetzt hängt er mir im Arsch hier Das sagt ja klar Der ist halt auch Nicht? Nicht gut, oder was? Der Rest für die Räte Die remaining 40 Kilo Also, nur weiter das Ende, ne? Ich mach jetzt hier dritten Gang, wenn das Auto so schwer ist Ja, geht besser, schau Ich komm geschmeidig um die Kurbel herum Du hast das Tor und den Tor geschafft Stolz auf dich auf die höchste Schwierigkeitsstufe dann schau doch mal dahin wenn das keine Wheelcam ist, weiß ich auch nicht Hubs hat er gesagt, Hubs hat er gesagt Hubs hat er gesagt, ich hab glaub ich stande Hubs gesagt Hier ist Wheelcam, winke winke Jeyeyeyeyey Oh nein, komm mit dem Ton Wow, 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 wow Wow Ich musste ja auch irgendwo hin, wow 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 wow, ich musste ja auch irgendwo hin, Also für mich ist das nie wirklich kein Problem. Ja, ich hab penalty. Ich muss wechseln alles hier. Chias, Prime. Was? Ey, weiter. Ja, ja. So viel dazu, der Hamilton und ich haben uns gerammt und dann war Chaos. Ich weiß, ich soll nicht auf die Ideallinie fahren. Aber der fährt auch nicht auf die Ideallinie. Was macht, was macht, was macht der Knopf? Ja genau, das lenkt er das auch da, das meine ich hier. Das Auto explodiert noch gleich. Leg mich doch. Das hat aber nichts abbekommen, zum Glück nicht. Habe ich penalty bekommen, weil ich in Hamilton da gerammt habe? Kann das sein? Ups, das war das Pedal. Also geht es bei dir doch noch weiter? Ja, ja, wechselt mal den Flügel, wechselt die Reifen. Ah, okay, ich dachte, ich greife nicht die Wechsel. Ja, go, go, go. Was Pissfliege bei dir? Jetzt die ersten paar Kursen. Schauen. Wegen Temperatur. Wieso two stops remaining? Ich dachte noch einen. Jetzt haben wir mal unser Prime-Aufgaben-Gedönse hier. Stellt euch mal vor, so was ähnliches wird morgen auch passieren. Ich meine, wir fahren das Rennen voraus. So richtig realistisch ist es ja nicht wirklich. Aber... Ne? Gut voll lachen. Oh nein, nein, nein! Kalte Reifen! Boah! Fuck! Nein! Das gibst du nicht, das gibst du nicht! Eula! Voll weggerutscht! Voll weggerutscht hier! Ich mache mal nochmal Prime-Sauber, ne? Ja, nochmal Prime-Sauber, ne? Ja, nochmal Prime-Sauber, ne? das rennen oder auch mal so lassen. Mir ist egal. Das ist ja der Riss, ich habe das so lassen, das ist oft schissen. Ich hoffe, die haben genug Frontflügel. Also eigentlich ist aus Australien einer meiner Mieke steckt. Die kann nicht am besten. Das sieht man ja. Wir können schon was rausholen. Das musst du nicht immer perfekt auf das erste Rennen, oder? Das blaue Flagge. Nichts gibt es, ich lass keinen vorbei. Das ist ein Boss. Ist schon der Vettel da? Wo ist denn der Himmel da? Er hat der Faster Car Pass, oder? Ich gebe da aber keinen Faster Car hier. Ja komm, fahr! Jetzt nehmen die Reife langsam Temperatur auf. Ja, vielen Dank, dass du mich der erst gegeben hast. Nein, boah, wieder zu spät. Gebremst, also. Ich komme mit diesem Pedal noch nicht zurecht. Ich habe ein neues. Das ist ein anderes Pedal, den ich sonst fahren würde. Ich habe schon wieder passen lassen. Wir sind nicht mit dem Fahrrad hinterher. Lass sie passen, wenn du kannst. Schon wieder passen lassen. Ob man mit einem vorhandenen Star spielen kann, das Formel 1 2012. Ja, da sind bestimmt noch ein paar dabei. Der Vettel ist dabei, der Hermann ist auch schon dabei. Rosberg ist ja auch schon dabei, das 10. Jahr oder so. Also, bestimmt. Man kann aber glaube ich sogar auf Steam F1 2015 das ganze Wochenende bis Montag 18 Uhr auffahren. Für frei. Es ist nicht so das Wunsch dir dann aber egal. Passiert. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Replace auf dem Scheiß machen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Replace auf dem Scheiß machen lassen. Also, ich meine, du bist schon. Ich meine, du weinen, bitte gehen Sie. Was ist das denn? Ey, mit den, mit den weichen, mit den harten Reifen fährt sich das halt ab. Ich bin nicht schon. Der Fahrrad hat in, um die Optionen zu setzen. Der Fahrrad hat jetzt die Optionen zu setzen. Das sind immer schlecht, fahr mal hier hinten. Ah, das gibt's noch nicht. Fahr mal hier hinten mit. Und... Kann ich so ein bisschen Gefühl fürs Längere und so kriegen. Können wir dann auch mal für das nächste Mal, ich glaube ich in zwei Wochen das nächste Rennen, dann auch wirklich raussuchen und ein Racing Setup, Qualifying Setup und so mal schauen. Und vielleicht kriege ich es dahinter, dass ich die ganze Macht drauf tun. Da gibt's ja so ein Mop-Pack. Und es scheint auch mit, ähm, ähm, besser Grafik dann. Und auch Track Pack gibt's ja auch. Was genau, was ist das bei Race Department oder was? Ich hab' noch bei... Ich hab' noch Einfragen hier, F1, was ist die Mods eingesehen. Da haben wir ja die ja vorher schon her. Von Race Department haben wir früher die Setups und... Die Mods bin ich mir nicht sicher, wo ich hierher. Aber da waren auch alle Mods so für alle möglichen Racing Spiele. Schon beim... 2014 haben wir der Mods hier. Ich meinte ja Karrieremodus, weil der irgendwie nur mit einem Charakter fahren auf PS3. Ach so, ja, im Karrieremodus bist du selbst. Da bist du... Nicht jemand anderes. Da spielst du als eigenständiger, der die Formel 1 möchte. So eine Art Karriere. Was fängst du an? Bei einem kleinen Team musst du dich hocharbeiten. Je besser du fährst, desto mehr... Ähm... Anfragen kriegst du dann. Von anderen Teams. Du musst dich quasi hoch machen. So richtige Karriere. Das gibt's momentan in 2015 wieder nicht. Aber es kommt bestimmt wieder hin. Das wär' ich mal. Ich hab' ihn nur geschaltet, deswegen. Kommt er jetzt oder nicht? Ja, ich hätt' schon vorne mitfahren können, aber das mit Hamilton die Kollision... Ich hab' mir das Genick gebrochen. Und dann sind noch alle anderen nämlich reingerannt. Ich hab' den Parkzeug gesehen, oder ich bin halt jetzt gefahren. Trucker Justin. Merci dir für dein Follow. Hab' Spaß. Genieß die Show und lieber Grüß aus München. Schick' ich dir direkt nach Hause. Einfach so. Ganz frech. Aber ganz frech. Mein Freund. Ich rase jeden. Auf das Auto hinter mir. So die Kerle, oder? Jetzt soll ich's machen. Soll ich's wieder langsamer fahren? Soll ich's wieder langsamer fahren? Wir hatten jetzt zwei Boxenstops. Schwierig. Schwierig. Aber letzter müssen wir ja nicht werden. Wir hatten, keine Ahnung, drei, vier Crashes. Haben wir einigermaßen überlebt. Wir haben. Wir haben. Noch ein bisschen. Wir haben Minusfluss, aber echt. Ja, stimmt. Ich hab' das nur gemacht, damit ich so fahr' wie du gesagt hast hier. Nicht so weit vorne mal. Wenn dann der 16er kommt. Wenn alles gut geht. Wir haben ja glaub ich drei 17er gefahren. Ich wollte hier eine vierte fahren, aber das ist sich nicht auch eine Ausbildung. Wir müssen eh noch zweimal stoppen, gell? Da sind wir, der Bus sagt. Wenn der labert, der sagt, ne? Da hör' ich den Motor nicht. Alter! Da soll mal leise sein hier. Interessiert mich eigentlich gar nichts. Muss der sagen. und das jetzt nur wenn es regnet und was mit was für Reifen der hinter mir fährt zum Beispiel wie viel herum kommen denn eigentlich mit einem weichen Satz dass ich zwei weiche Sätze nehme sind wir mal bei der Hälfte ich war das nicht ich fahre komplett ohne Hilfe alles aus komplett ohne Hilfe auf Elite oder so also No Assists deswegen wird es auch manchmal schwierig hier am Anfang mit dem anderen Wheel hier ich habe mir ein Präcktes gebraucht wahrscheinlich egal Präcktes Kimi ist erster jawohl mit Kimi bin ich ja die ersten zwei Saison gefahren auf jeden Fall bin ich uns schon im Versuch wenn nicht ich wer dann jetzt habe ich es gehört ja also hier war ich immer falsch ich muss langsam mal fallen schon vorher eindenken schon wieder ey will er noch eine abkriegen der andere oder was ich habe schon eine Verte geboxt er wird noch eine abkriegen schau schon wieder da hat sich schon wieder gedreht ja incident has been cleared ja logisch bis er wiederkommt ich will sie wiederkommt der Sack meinen wir können jetzt zweimal zweimal options nehmen du kommst schaupp 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 blöch blöch schaupp die schaupp entspannen schaupp So, also ich muss ja sagen, der Fettel hier, der ist schon ablässig. Jetzt hat er es vielleicht geschafft, ich habe vergessen zu bremsen, ich habe hier gerade Gemüter und Endmüter den Stream, ich will nicht bremsen, sonst muss ich lenken und schalten. Okay, hier ist die Situation der Moment, wir haben 20 Kilogramm, das ist 20 Kilogramm. So, you need to pit in this lab. Careful on the tyres. Our data is showing somewhere. Most likely you'll be able to feel it. We're not racing the Carleind. Let them pass when you can. So, dann können wir glaube ich bald rein. Ich wollte nämlich zwei Runden mit sauberen, hauptsächlich noch fahren, dann bin ich einfach draußen geblieben, dann ist ja eh egal. So viele Plätze habe ich jetzt nicht zu verlieren. Was hättest du mal den Vettel oder Kimi genommen und nicht den ausfällen? Ist denn der Kimi nicht auch laut? So, mal Gegenfrage. Okay. Blue flag conditions, create a gap and let the car behind through. Release, release. So, dann noch einmal wechseln hier. Ich hätte vielleicht auf Prime nehmen können und das vielleicht durchfahren. Wenn ich viel Minus habe, heißt das ich habe zu viel? Zu wenig meine ich so rum? Die Räte schon, ne? Ich hätte ja auch bei den ganzen zwei Unfällen einfach nur hier Rücken benutzen können, aber ne, komm. Das werden wir bestimmt noch oft genug machen. Beim ersten Rennen hier ein bisschen rumfahren, sich dran gewöhnen. Ich bin drauf geschissen. Oh, da muss ja so ein Spiel raus. Warte. Ja, ist okay, ich kann kurz Pause machen, dann kann ich annehmen. Warte, warte, bis ich da gerade bin, dann kommt kurz ab. Ich muss gleich Pause machen. Ich muss das Klicken wegen Schade. Das ist eh schon wohlstößt. Normalerweise fahr ich hier durch ohne Pause. So, ich komme da langsam auf die Ziegel. Ah, scheiße. So, ich mache mal Pause. Jetzt halt. Kann ich rangehen. So, ich mache mal Pause. So, genug pausiert und kann ich wieder? Genau. Habt ihr doch alle Tasten am Denken? Ich muss ja nur wissen, wo sie sind. Kiviat? Der Daniel? Der ist 19, sonst denke ich. Ich bin 19. So weit hinten der Kranke. Hast du noch mal nach vorne? Vielleicht war der auch in die ganzen Umfelder verwickelt mit mir. Bei denen ich mich schuld war und die gar nicht, gar nicht waren. Aber so schaut es aus, wenn man nach neun Monaten Formel 1 Pause mit einem anderen Lenker fährt, und andere Pedalen. Und ja, man muss sich halt erst mal dran gewöhnen. Und weiter passieren. Wenn ich das Mikrofon am Ständer habe, kann ich hin und her schieben. Oder muss ich das Mikrofon am Tisch lassen. So Meter weiter weg. Habt ihr mich ziemlich schlecht gehört. Ausatmen. Anfahrt. Our fuel level is now 15 kilos. There are 15 kilos of fuel remaining. Ich krieg irgendwie dauernd irgendwelche Erhundschaften da bei Steam, das ist keine Ahnung, wo ist es halt rum, ich weiß nicht, wer dich falsch oder richtig macht. Was haltet ihr denn so allgemein von der Idee, hier immer das aktuelle Rennen vorzufahren, bis halt das 2016er kommt, dann fahren wir halt dann sowieso ganz vieler Saison, das war jetzt nur ein Testlauf, um zu sehen, ob das Format funktioniert, da müsst ihr die ganze Lenkrad einstellen, müsst ihr vier und basteln. Ich weiß nicht, ob ich mit der Lenkrad-Winkel zufrieden bin, das ist auf 240, müssen wir auf 250 probieren, ich weiß gar nicht, wie ich vor früher gefahren bin, ich hatte halt so eine, ups, einfach umdreht, so eine Alphatest heute, Pre-Race Saturday. Und für den nächsten Rennen können wir auch ein bisschen mehr Zeit führen, ich weiß zwar nicht, wie viel Uhr immer so am Samstag, aber so am Samstag, aber so am Samstag, aber vorher ist es nicht schlecht. Ah, shit, ich bin zu spät eingelenkt. Ich würde jetzt sagen, mit den weichen Reifen, es wird sich besser eingehen. Ja, gut, es ist immer noch kalt. Aber wie? Ich habe jetzt gerade geschaut auf den Kiat, ich kann doch nicht drei Sekunden verlieren, mit so einer Scheiße, ja. Nein, verdrückt. Ja, und ich muss mich auch an die ganzen Tasten hier gewinnen, erstmal. Und aus dem Grund fahre ich jetzt auch mit dem Lenkrad, dass ich vielleicht noch andere Racing-Spiele mit reinnehmen kann. Dann muss ich nicht immer hin und her wechseln, das ist das Rim, wie man das nennt. Oder Add-on hier. Obwohl ich eigentlich die Position vom F1 Lenkrad saugeil finde. Ich glaube, das hier ist entspannter für die Hände, um ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Was ist denn? Ich bin jetzt zu banner, marking כל Seyyle KJ. Ich bin jetzt hier zum Wettbewerbsrat 같은 Vorher. Ich bin jetzt fertig. We're two laps away from the next round of stops. We're going to fit the option tyre. We're now down to our last quarter of a tank. That's 25% fuel remaining. We're going to fit the option. We're going to fit the option. Untertitelung des ZDF, 2020 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 für spiele gibt was ich schon gar ausdrückezeichen today immer so aktuell zu halten wie möglich und dieses format test ich hier meine ahnung ich finde es ganz okay immer zum aktuellen formel 1 rennen fahre ich das rennen einen tag vor raus das habe ich verlaute einfach nur so fahren hier und wahrscheinlich gar nicht mehr in die box gefahren sind denn die die männerfahrer noch dabei gibt es überhaupt noch dieses jahr und sagte durchfahren ja genau es ist ja mal zwei wochen enteinander dann ist mal sind es zwei wochen pause mal ist in drei wochen pause von daher ist das ja alles kein problem und wenn es f1 2016 herauskommt dann zockt mir das ist ja klar ihr kennt mich ja hier das formel 1 noch gezockt 2,3 hieß es mit euch dass ich mir da nicht nehmen ja keksi wirst du schön dass du da bist willkommen und generell werde ich jetzt mal ein bisschen so probieren wenn wir viel zeit haben am wochen dass ich dann doch mehrere spiele zeit heute mit 3 ist wissen vielleicht ein bisschen viel aber so fragmania kam es dann mit zwischenrein war ja ganz witzig vielleicht machen wir das auch nochmal mal einfach auf der xbox one und auf pandor zur playstation mal zeigen wie es da ist auf der auf der computer dass wir auch mit den leuten ein bisschen spielen können vielleicht xbox 2 Leute gibt es doch viele wenn ich früher horizon gespielt habe hupf falsche taste da waren doch viele dabei ich werde dort fahren mal wissen wir fahren komm überhol blaue flagge du sag sergio glaube ich ist es oder ja und ich finde es echt geil dass ich die länge vom ständer bestimmen kann mit dem mikrofon ich kann mich mal länger mal kürzer machen so da musste ich ja das mikro wirklich auf den tisch lassen und dann haben sie mich kaum gehört und wenn er weniger so im raum kann jetzt bin ich gar nicht so weit weg ich muss nur aufpassen dass ich nicht mit dem lenker hin kommen und dann haben sie noch echt warum woher weißt du das das heißt du bist du bist täglich dabei schau mal ich kann ja halbwegs mit sergio mithalten wies wir auf schrepersonal wies wies boomin wies par Der Rest der PSC, die ich nicht brauche, PS, Kilian ist cute, B, OI. Oh, danke dir, für die 1 Euro Donation, ich weiß das nicht, ich hab jetzt den Namen nicht gehört. Wow, viel, ah shit. Okay, jetzt blühe ich aber doch zurück, so, erstmal kurz schauen. Von Riam, Mercedier für 1 Euro Echtgeld, kranke Scheiße, vielen, vielen Dank. Und du hast geschrieben, hey Gags, Einschaltungszeichen, Acherin, K, A, Wieso, bist cool, ach ja, der Rest der PSC, die ich nicht brauche. Super, passt, Restgeld nehme ich gerne. PS, Kilian ist cute, B, OI, alles klar, ich war's, alles klar, hier, danke dir, danke dir, so geil. Aber dafür nehme ich jetzt einen Flashback, ich wollte keinen nehmen, aber jetzt einfach. Ganz frech. Ähm, wo ist denn die Taste überhaupt? Ja. Nächste Woche. So. Äh, dann gehen wir mal hier rein, ich mein, äh, ja. Wie kann man denn hier spulen? Nein, wie kann ich denn hier, what the fuck, wie geht das, ich kenne mich da nicht aus. Ich mach, ich mach doch sowas nicht. Okay. Klar, ich raste hier, das habe ich schon mal gesagt. Nein, oh. Ah, jetzt habe ich, leck mich, fett. Und du einmal aus dem Rhythmus bist hier, ist vorbei. Spülpeling schon, meinte ich, komm nicht durch. Also, Reifen können explodieren, aber so wären wir zumindest nicht letzter. Hast du, ich komme, glaube ich, eh nicht durchziehen, oder? Nee. Toaster, grüß dich, schön, dass du da bist, willkommen. Ich komme eh nicht durchs Ziel. Das war wie damals in, äh, in, ich weiß gar nicht, wo das war. Und du eine Runde hinterherhängst, wegen Unfällen. Na, die Woche, muss ich gleich lesen, wie es ist. Ach, cool. Das klingt gut. Das heißt, wann wirst du da eingenommen? Doch, passt. Hab's geschafft. Komm doch so durch, zum Glück. Ja, gut, das, da musst du aber am Schluss, da hat er zwei Dinge genommen. Gut, blenden, ist, wenn's egal. Das wird das, das wird das Format, was ich gerne behalten möchte, hier. Immer zum aktuellen Rennen der Formel 1 Saison, das Rennen vorfahren. Das wollte ich schon vor eineinhalb Jahren machen, aber hat's nicht, hat nicht geklappt mit meinen Füßen. Solange es meinen Füßen gut geht und ich kann nicht zu starkem Schmerz, dann mach ich das. So, ja, wir sind da jetzt schon mal die Ergebnisse, ob die realistisch sind für morgen. Kimi, Hamilton, Bottas, Ricciardo, Massa, Grosjean. Vettel, ich glaub nicht, dass das so realistisch ist. Ja, der Max, der kann schon auf 9, das ist ja ganz okay. Der Hülkenberg 10, ja, ich hoffe besser. Hm, Maldonado ist, glaub ich, gar nicht mehr dabei. Button, auf 13, ist ein bisschen weit vorne. Hm, weiß nicht, aber ich glaub, der Rosberg wird schon vor, vor, vorne landen. Und hängt nicht eine Runde hinterher, wegen den 10 Unfällen, die wir hatten. So. Ja, wunderbar. So endet, so endet die erste Runde hier. Können wir mal kurz Reepail laufen lassen. Du hast sie alle gerammt, genau. Also, nee, eben nicht, sie haben mich gerammt. Ich bin das Unschuld-Slamm. Realistisches Ergebnis, ja. Auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Man kann ja auch gleich sehen, was passiert. Lass uns mal die Tasten ändern. Warte mal, Replay ist, Y ist, F2. Gut. Äh, den Fahrer ändern. Nehmen wir die Kamera, nicht den Fahrer. Ja, auf jeden Fall wollten die Lack von Great. Ja, 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 ja. Ich kann das hier gar nicht. Ich drücke die Taste, da stehen ja 5, 6, passiert aber gar nicht. 5, 6, passiert nichts. Äh. 7, 8, geht auch nicht. Die ganzen Tasten funzen da nicht, die da stehen. Nur, gehen nicht, ich kann nichts drücken hier. Ich wollte die Sicht halt ändern. Ne, geht gar nichts. Keine einzige Taste geht, nur macht er nichts. Aber wieso kann ich denn keine Tasten drücken, man? Ohne Witz, jetzt hier. Geht echt nicht. Toll, mit dem Enter, ja, okay. Ben, größte. Also, WB. Gut. Schade, ich wollte noch das Replay laufen lassen. Na, shit, haben wir jetzt kein Replay mehr, gell? Ne, können wir noch ganz abspielen. Na gut, macht er nichts. Dann kann ich ja mal hier das wieder ausmachen. Mache die andere Cam an. So, das Lenker stelle ich weg. Gehen wir zum normalen Betrieb über. So. Gehen wir in den normalen Betrieb über. Ne, Multiplayer ist nicht geplant. Und ich habe ja auch in Facebook gepostet, warum, wieso ich das hier mache. Ich mache, ich fahre immer das aktuelle Rennen. Fahre ich einen Tag vor. Sprich, das aktuelle Rennen an der Formel 1 ist ja Melbourne, Australien. Das bin ich jetzt gefahren. Und dann schauen wir, wie sehr sich das Ergebnis unterscheidet. Vom echten Rennen. Und dann gucken wir mal. Gucken wir mal, wie das so ist. Und ja, hier, hier könnt ihr sehen, was heute alles im Programm war, was noch kommt und so weiter. Als nächstes kommt jetzt dann hier, ähm, hier Factorio. Also, ich würde sagen, ähm, ich nenne das Format hier Pre-Race, äh, Pre, wie habe ich es genannt? Äh, Pre-Race Saturday. Wenn wir das aktuelle Formel 1 Rennen fahren, wir vor. Einen Tag vorher, bevor es wirklich gefahren wird. Bis zu Formel 1 2016, bis das rauskommt, fahren wir es in F1 2015. Wenn 2016 rauskommt, fahren wir eh öfters und mehr und so weiter. Genau, es hat einen gewissen Cooldown. Ja, das kannst du nicht. Was bringt dir das? Es ist doch das Gleiche, mein Freund. Ob ich es aufrufe oder du aufrufst. So, gut, damit werde die erste Folge hier beendet. Hier. Pre-Race Saturday, Day 1. Melbourne, Australia. Also, werde jetzt, das sollte ich jetzt machen, ich werde jetzt hier noch ein bisschen umbauen.